Moin moin Dotties und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau, heute zeige ich euch mal wieder, wo ihr die Ausrüstungsgegenstände von Mika StoneGorn findet. Und zwar die, die auf Jorvik verteilt sind. Die sind ja echt nicht leicht zu finden und ich habe sie für euch zusammengesucht. Und diese Ausrüstungsgegenstände sind eben super wichtig für diese Quest, bei der ihr eben diese Regenbogenfragmente kriegt, um die Farben zurückzukriegen. So, ich weiß nicht, was ich verschluckt habe, dass ich so komisch spreche. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. So, ich weiß nicht, was ich so komisch spreche. So, ich weiß nicht, was ich so komisch spreche. So, ich weiß nicht, was ich so komisch spreche. So, ich weiß nicht, was ich so komisch spreche. Und das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Die Ausrüstungsgegenstände sind jetzt alle eingesammelt und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video mal wieder helfen. Und ja, ihr könnt die Quest beenden und alle Farben zurückbringen, so wie das eben hier jetzt schon der Fall ist. Und falls ihr wissen wollt, wie ihr auch die anderen Regenbogenfragmente zurückkriegt und dann die Farben zurückkriegt, so, boah, ich habe echt einen Sprachfehler heute, dann schaut gerne in mein Video, das bald online kommt. Da habe ich euch das nämlich auch gezeigt. Und ja, dann würde ich sagen, liked dieses Video, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!